Musik Besonders was den wirtschaftlichen und finanziellen Erfolg betrifft, stößt man sofort auf den Namen Karl Hopfen. Es kann nicht sein, dass ein englischer Club, der auf Tabellenplatz 20 steht, irgendwo bei 90 Millionen Euro liegt und wir als Tabellenführer und in der oberen Geschichte mit 54 Millionen. Musik Wir haben beim FC Bayern München 32 Millionen Follower. Bei Instagram sind es 4 Millionen und über Twitter sind wir mittlerweile bei 2,5 Millionen. Ich glaube, das Ganze ist sicherlich noch ausbaufähig. Musik Musik Der Sport steht immer im Vordergrund bei uns. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Musik